Ohne Musik kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Mein Instrument spielen zu können ist für mich viel mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung, die mich fordert und erfüllt und meinen Körper regelmäßig an seine Grenzen bringt. Die einseitige Haltung sorgte für starke Verspannungen und Schmerzen. Mit Kiesertraining habe ich dieses muskuläre Ungleichgewicht beseitigt. Jetzt kann ich auch lange Vorstellungen wieder mühelos durchhalten und fühle mich stark für die vielen Proben und Auftritts. Sagen auch Sie Ja zu einem starken Körper.